Ciao, ich bin Arnold, hier in Marcelina. Wir beide machen Lehre als Fachmann- und Fachfrau Hauswirtschaft hier im Wohn- und Pflegeheim Freinesberg, unser Dorf. Wir beide zeigen dir jetzt unseren Alltag, komm mit! Unsere Tätigkeiten sind im Service, Küche, Wäscherei und Reinigung. Freinesberg, unser Dorf, ist ein ganzes Dorf, wo ein Betrieb ist. Obwohl unser Betrieb gross ist, ist es trotzdem sehr familiär. Das Cool an unserem Beruf ist, es hat viel Abwechslung, man ist nicht nur im Büro und man kann auch nach der Lehre entscheiden, wie man sich weiterbilden will. Die Benefits in unserem Betrieb sind, dass uns die Haupttags und die Schulbücher bezahlt werden und auch bei der Arbeitsschule beteiligen. Wenn du diese Lehre machen willst, musst du mitbringen, ein Teamplayer zu sein und auch eine Sinnverordnung zu haben. Das Cool an unserem Betrieb ist, dass wir alles intern haben und nicht extern Praktika machen müssen. Wenn wir dieses Interesse geweckt haben, dann bewirbt ihr doch jetzt das Bewohnerpflegeheim Vrienisberg, unser Dorf. Das Bewohnerpflegeheim Vrienisberg, unser Dorf. Das Bewohnerpflegeheim Vrienisberg. Das Bewohnerpflegeheim Vrienisberg, Vielen Dank.